Nun also doch! Obwohl das japanische Epos Shogun als Miniserie geplant war und die Macher mehrfach betonten, dass es keine weiteren Folgen geben werde, scheint man es sich jetzt anders überlegt zu haben. Zwei weitere Staffeln befinden sich nämlich in Arbeit. Laut The Hollywood Reporter bestätigte der Sender FX, dass man die Serie um eine zweite und dritte Staffel verlängern möchte. Allerdings hänge die tatsächliche Produktion vom Erfolg der Vorbereitungen ab. Ein Autorenraum wird derzeit eingerichtet und soll im Sommer seine Arbeit aufnehmen. Ziel ist es, die Geschichte von Shogun über James Cavalls Original-Roman hinaus zu erweitern und neue Erzählstränge zu entwickeln. Das Team hinter der ersten Staffel wird natürlich wieder mit an Bord sein, genauso wie Produzent und Hauptdarsteller Hiroyuki Sanada. Abseits des weltweiten Hypes dürfte die Verkündung der Verlängerung auch mit den Emmys zusammenhängen. Die Deadline für die Einreichungen stand nämlich gerade an und laut Quellen hat FX die Serie jetzt bei den wichtigen Kategorien für fortlaufende Dramaserien eingereicht, statt nur in der Kategorie Miniserie teilzunehmen. Dem vielgelobten Publikums-Hit auf Disney Plus werden große Chancen eingerechnet, die ein oder andere Trophäe mit nach Hause zu nehmen. Dramatische Musik Dramatische Musik Dramatische Musik Dramatische Musik Dramatische Musik Dramatische Musik Dramatische Musik